Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die zweite Folge von LS Live. Und ja, wir starten genau da rein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar beim Düngen von dem Feld. Düngen mag ich, weil da muss ich nicht so oft hin und her fahren. Ja, das ist schon ein bisschen Unkraut. Ja, fahren wir dann noch ein wenig im Faserschutz drüber. Dann passt das schon. Ja, das ist schon ein bisschen. So, das ist schon ein bisschen. Dann können wir die Kweise sind. Ich habe immer noch ein bisschen. Das war's. Ich hoffe, wir kommen mit dem aus. Das wird schon passen. Denk ich jetzt mal. Ja, das wird hinhauen. 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 Oh. Und dann noch das gleiche Stück hier. Und dann haben wir das auch gedüngt. Ich fahre mal das noch zum... Und dann... Haben wir das auch gedüngt. Ich fahre mal... 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 Wow. Wow. Ja, aber da bin ich doch fast. Ja, aber da bin ich. Was weiß, ich bestelle jetzt direkt, damit ich nicht vergesse, ein 700er. Ja, da bin ich. 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 Ja. Ja, da bin ich. Ja. dann müsste das auch passen dann haben wir endlich ein frontgewicht den lassen wir erstmal da stehen wheelie, retractor, super ja, ich finde das ist ja so aus Silos so, das was mit der folge ist, ist 16 minuten lang also, ja, auf jeden Fall bleibt es noch, ciao, ciao